Nach 134 Bundesligaspielen am Stück in der Startelf wird Kapitän Christian Günther seinem SC Freiburg aufgrund einer Gelbsperre beim kommenden Heimspiel gegen Leverkusen fehlen. Da er eben so ein Dauerbrenner ist und quasi nie fehlt, hat man kein wirkliches Backup im Kader für ihn. Die Kaderplanung im Sommer war so angedacht, dass Ugo Sique das Linksverteidiger Backup sein sollte. Er ist aber gelernter Rechtsverteidiger und man hat ja mit Schmid, Kübler und auch Sildilia noch drei andere Rechtsverteidiger im Kader. Dementsprechend kam er kaum zum Einsatz, hat sich auch darüber beschwert, wurde jetzt mittlerweile zurück nach Belgien verliehen und somit ist jetzt eben die Frage, wer dort spielen kann. Das letzte Spiel, wo man ohne Günther gespielt hat in der Startelf in der Bundesliga, war ein 5 zu 1 Sieg gegen Augsburg und ich blende euch hier mal die Aufstellung ein. Das ist schon krass, wie der SC Freiburg sich da weiterentwickelt hat. Ich habe mir die Situation jetzt mal genauer angeschaut und jetzt eben sechs Optionen herausgearbeitet, inwiefern man Günther ersetzen könnte für das eine Spiel gegen Leverkusen. Die erste Option ist eigentlich relativ selbsterklärend und zwar man stellt einen der Rechtsverteidiger auf links. In dem Fall habe ich mich für Lukas Kübler entschieden. Man sieht ja zwar, er hat laut Transfer Mike noch nie als Linksverteidiger gespielt, stimmt aber nicht ganz, denn die berücksichtigen nur auf welcher Position man startet. Und Kübler hat tatsächlich diese Saison, ich glaube mindestens einmal, wenn nicht sogar öfters, im Spiel getauscht, dass er dann eben der Linksverteidiger war. Ich hätte auch Sildilia auf links stellen können, hat es glaube ich auch schon mal in Vorbereitungsspielen gespielt. Allerdings hat er ja in den Spielen, wo Kübler Linksverteidiger war, das war das sechste Gruppenspiel in der Europa League. Da hat eben Sildilia rechts verteidigt und Kübler links und dementsprechend denke ich nicht, dass man jetzt plötzlich Sildilia auf links stellen würde. Kübler wäre denke ich eine solide Variante, der auch die Erfahrung hat und auch nicht allzu langsam ist, um halt eben gegen Frimpong anzukommen. Einziges Problem ist halt, dass er Rechtsfuß ist, aber damit sollte man leben können für das eine Spiel. Zweite Option ist für mich Kimberley Ezequem und da habe ich euch jetzt erstmal einen Linksverteidiger im Kader verschwiegen. Der ist eigentlich so quasi das nominelle Backup von Günther seit letzter Saison eigentlich schon. Problem bei ihm ist halt, er ist ein großes Talent, aber er ist halt wirklich dauerverletzt, hat die letzte Saison quasi komplett verpasst. Diese Saison, ja das erste Spiel gemacht in der dritten Liga, dann verletzt gewesen bis vor einem Monat, da hat er sein Comeback gegeben, aber hat jetzt nie länger als 20 Minuten gespielt in der dritten Liga. Daher denke ich ist es schon noch unwahrscheinlich, dass er jetzt plötzlich sein Profidebüt feiert, auch wenn er schon länger Teil vom Profikader ist. Für die, die ihn nicht kennen, wirklich ein sehr interessanter Spieler. Linksfuß, gelernter linker Verteidiger, 1,87 Meter groß, kann aber auch links in der Dreierkette spielen oder auch als Ringback, hat einen krassen Offensivdrang und da wäre man variabel aufgestellt. Würde von der Position her am besten passen von allen genannten Spielern, aber aufgrund seiner Vorgeschichte und dass er nicht wirklich hundertprozentig fit ist, glaube ich nicht, dass er spielen wird. Nächste Option wäre Kenneth Schmidt, er ist das nächste Eigengewächs in Freiburg geboren, ist gelernter Innenverteidiger, Linksfuß, aber kann eben auch als Linksverteidiger spielen, hat es aber nicht wirklich allzu oft gemacht. Bei ihm ist es jetzt so, er hat nach dem Abgang von Kevin Schlotterbeck zu Bochum per Laie einen Profivertrag unterschrieben, hat jetzt aber erstmal weiterhin nur in der dritten Liga gespielt und ist da halt eben auch meist linker Innenverteidiger und spielt selten Linksverteidiger. Aber er hat es schon in der Wintervorbereitung gemacht, auch für die Profimannschaft, könnte das auf jeden Fall spielen, wenn dann aber halt nur in der Viererkette und dann auch mit relativ wenig Offensivdrang im Vergleich zu jetzt anderen Spielern. Auch die nächste Option ist ein Stammspieler aus der Drittligamannschaft, also der Zweitvertretung von Freiburg und sein Name ist Jordi Makengo, ist Franzose und eigentlich gelernter Innenverteidiger, hat er auch zunächst gespielt, aber diese Saison wurde er halt eben umtransformiert zum Linksverteidiger. Er spielt halt eben den Linksverteidiger neben Kenneth Schmidt in der Viererkette von der Zweitvertretung Freiburgs und er überzeugt da wirklich auch mit viel Offensivdrang, trotz dessen, dass er gelernter Innenverteidiger ist, geht da viel nach vorne, hat ein extremes Tempo, ist deutlich schneller wie Kenneth Schmidt und das könnte auf jeden Fall ein Pluspunkt für ihn sein, wenn er da Frimpong verteidigen muss, aber auch im eigenen Ballbesitz geht er viel mit nach vorne. Wäre auf jeden Fall eine coole Variante, aber ist halt denke ich relativ unrealistisch, wenn man schaut, wie die Freiburger normal agieren, denn man würde ihn quasi Kenneth Schmidt vorsetzen, der ja schon einen Profivertrag unterschrieben hat, während Makengo eigentlich nur für die zweite Mannschaft eingeplant ist aktuell. Die nächste Option ist mal eine ganz andere, man müsste dafür nämlich auf Dreierkette umstellen, denn es handelt sich um Noah Weishaupt, der hat nämlich in der Viertligasaison, als Freiburg aufgestiegen ist, viel als linker Wingback gespielt, also die linke Schiene bei einer Dreier- bzw. Fünferkette. Damals war dann eben auch Ezequem der linke Innenverteidiger hinter Weishaupt und ihr seht es auch an den Stats, da hat er wirklich extrem abgeliefert und das könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen. Ähnlich wie Günther das oft in der Dreierkette spielt, da ist es ja oft so, dass sich Grifo von der Halbposition fallen lässt und dann halt Günther extrem hoch aufschiebt und dann halt eben für Tiefenläufe bereit ist und das könnte ich mir mit Weishaupt eben auch gut vorstellen. Er ist ein guter Dribbler, hat auch schon das ein oder andere Spiel jetzt gemacht für die Profis. Das wäre auf jeden Fall eine sehr offensive Variante und Interpretierung der Fünferkette und daher denke ich, dass es eher unrealistisch ist gegen Leverkusen. Ich denke, da denkt Streich dann doch eher pragmatisch und denkt erstmal an die Defensive. Die letzte Option wäre für mich auch nochmal eine mit viel Erfahrung, nämlich Jonathan Schmid. Der war jetzt halt eben, ja der hatte erst Corona, da hatte er große Probleme, ist dann allerdings dennoch zurückgekommen in der ersten Mannschaft, war dann aber diese Saison mit muskulären Problemen komplett raus. Auch nachdem er wieder fit war, hat er keine Rolle gespielt und hat jetzt eben am vergangenen Wochenende in der zweiten Mannschaft gespielt, über 70 Minuten und hat auch einen Doppelpack gemacht als rechter Flügelspieler. Das ist ja auch seine gelernte Position, dennoch hat er auch viel rechts verteidigt, auch in der Viererkette und ja, links verteidigt hat er in seiner gesamten Karriere tatsächlich nur dreimal. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass er da eine solide Variante wäre, auch in der Dreierkette durchaus möglich. Also ihn könnte ich mir auch gut vorstellen, auch wenn er jetzt länger nicht mehr bei der ersten Mannschaft gespielt hat. Sein letztes Pflichtspiel ist tatsächlich das Pokalfinale, wo er eingewechselt wurde für die Verlängerung, aber wäre durchaus eine Variante für Leverkusen, gegen die er ja auch historisch glaube ich relativ oft getroffen hat in seiner Karriere, beziehungsweise gute Spiele gemacht hat, soweit ich mich erinnere. Das sind dann also soweit meine sechs Optionen, inwiefern man Günther als Linksverteidiger ersetzen könnte, sei es jetzt in der Dreier- oder der Viererkette. Und jetzt würde mich gerne eure Meinung interessieren, welche Option erachtet ihr als die beste? Oder habt ihr noch einen ganz anderen Vorschlag, auf den ich nicht gekommen bin? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, lasst es mich gerne wissen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!